Berlin, Museumsinsel, Strandbar Mitte. Ein milder Sommerabend. Wasser, Strand, Palmen. Fast könnte man meinen, man ist in Italien. Die Pflanzen bringen ein südliches Flair in die deutsche Hauptstadt. Wie gefällt den Besuchern die mediterrane Pflanzengestaltung? Es ist exotisch, Sommer, Tour, Freude. Palmen finde ich ganz toll, die passen hervorragend dazu, die vermitteln eine schöne, angenehme Stimmung, sehr schön. Die sind schön, die passen sehr gut zum Klima, also Umgebung und für den Sommer, ich finde das ganz okay. Den Besuchern gefällt's und der Berliner hat seinen Palmenstrand direkt vor der Haustür. Die Pflanzen sorgen für Urlaubsfeeling und machen aus tristen Großstadtflächen grüne Oasen. Möglich wird das mit dem Pflanzenverleih der Spätschen Baumschulen. Wir liefern Ihnen mediterrane Pflanzen, große Palmen und Gehölze für Messen, Konzerte, Partys oder für den perfekten Strand. Mieten Sie die Pflanzen ganz einfach über unsere Website spätsche-baumschulen.de. Pflanzenverleih. Hier finden Sie eine große Auswahl an exotischen Palmen und Pflanzen. Dattelpalmen, Oleander, Keulenvilie und viele andere. Sie sind sich nicht sicher, welche Pflanzen für Ihr Event die richtigen sind? Kein Problem, rufen Sie uns an, wir beraten Sie gern. Nach Ihrer Bestellung stellen wir termingerecht die Pflanzen für Sie zusammen und verladen Sie. Anschließend geht's auf den Transport. Und natürlich stellen wir Ihre Pflanzen auch fachgerecht auf. So schaffen wir grüne Wohlfühloasen. Ganz einfach. Mit dem Pflanzenverleih der Spätschen Baumschulen. So fangen wir herum. So können wir ärdammeln. ends zerruisch, Strikathus. So einfach. Wir sehen am besten chairen, ich führe, dass ich trfte Gast nicht mehr, Strecath uns vonар tenga начnحد, in diesem Ort zerstoff. Vielen Dank.